guten morgen und willkommen zurück zum mountain was dazu jetzt hier zu schmal aus man kann ja nicht überall immer nur da wird hier schon fast für hier ein häuschen wenn überhaupt das war ja alter der kleine mats hat aber hatten vorher war der tasche aber der admin ist zwei fallen lassen halt das fehde so ein kleiner fatzke also weg existiert gefällt mir auch an und für sich ganz gut der anfang von der schmiede existiert und ja wie weiter das ist jetzt die große frage jede menge scheiße in der tasche existiert da können wir wegschmeißen scheiße und ich nehme 750 auf verdammt jetzt hier wüsste was ich nicht weiß muss ich mir echt noch gedanken zu machen ist blöd so aufnahme läuft schon und ich muss mir noch gedanken machen spitzende idee reichen amiga auf jeden fall ich glaube wir hätten aber jetzt einfach mal rüber in die in das dorf wo ist es da und reißen da die smelter habe ich jetzt gerade mal so ganz spontan beschlossen weil hier müssten wir die erst leer machen und alles und und so was haben wir schon da an anderer verblasen ja jetzt mein lieber man so dort da rein dann haben wir viel platz jawohl koppelst du ach so 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 koppelst du da rein koppelst du da rein koppelst du da weiß ich gar nicht ob man hier noch verdammt haben wir ganz oder hier eingesetzt ich glaube ja dann ist es da genau da ist es hey aber redstone noch ich habe hier so ein chaos das ist unglaublich 427 redstone ist eigentlich ordentlich muss man sagen hat doch da drin doch da war nehmen wir uns mal ich kann sie gar nicht mehr unterscheiden die zwei ich glaube hektor hat man warum kann ich das jetzt nicht ab machen hallo verarscht mich minecraft das gibt es doch gar nicht hallo aha und wo ist das jetzt hin hier da so wir reiten in die richtung da ist nämlich unser dorf glaube ich noch zu wissen ich meine könnte man im dunkeln sogar sehen von unserem haus aus da ist es doch ach jetzt haben wir hier weder wasser im weg nein ist nicht drüber gesprungen aber okay war das nicht doch ist nicht weit springen ist nur hoch springen sollen wir den hier den brieger abreißen wir haben nämlich kein gravel mehr wäre eine idee aber nähe nähe so gemein sind aber nicht aber wir reißen ihnen diesmal und das geht ja mit dem hammer auch relativ zügig passt sie braucht hier kein mensch so kann ich die auch damit abbauen passiert dann noch drum herum oder hat ja würde auch gehen ist allerdings quatsch so das wird alle drei geben jawohl das gibt auch mehrere das gibt mehrere hektor hau nicht zu weit ab ich habe keinen bock dich gleich zu suchen so jungs ich hoffe ihr nimmt mir das nicht übel ich habe euch mal hier ein bisschen was abgerissen und der weg ist eh für ein arsch hier ich habe den es gewollt ja gar nicht mehr weggepackt den weg nehmen wir auch mal auseinander hier gucken wir dann später wenn wir hier an dem dorf mal was machen wenn wir an dem dorf mal was machen wie ist denn hier die kurve generiert kommt ja ja gut das dreier weg wir haben nur zweier weg gebaut so den jungs mal eben das dorf ein bisschen dem demontiert aber so habt ihr hier wenigstens kommt dafür besser hier rein und raus nachher hat man schon mal reingeguckt das war alles nicht so das ware so wo ist unser hektor hinter den dem honor weg tatsächlich auf einer höhe ist alter manier krach ja genau so ab zu hektor wir haben ja gerade eine komplettere smelter abgebaut wo sind die hin willst du mich verarschen das gibt es doch gar nicht alter was denn das na super das war ja jetzt eine spitzen nummer weiß ich jetzt aber nicht was ich davon halten soll was das wird scheißdreck geht die smelter wie steigt das ist doch quatsch die geworden sollten die kaputt gehen totaler unsinn seltsam wirklich seltsam so und so ja ja jetzt haben wir hier zwei casting tepel und casting person und die steine dann doch nicht man dann gehen wir noch was was sugarcane holen und gutes hoch bin ich jetzt seltsam die dürften doch normalerweise nicht kaputt gehen naja es wird dunkel und ich habe die schnauze voll ist halt so werden wir sie doch noch herstellen müssen oder wir müssen hier leer machen und ja die abreißen keine ahnung darf ich pennen ich darf pennen bis morgen um juice an das ist